Musik Am vergangenen Wochenende waren tausende Menschen in Zeitz auf den Beinen, denn die Zeitzer feierten ihr Zuckerfest. Und das bei sommerlichen Temperaturen, da konnte man ja auch nur feiern. Mit viel Musik, vielen Veranstaltungen und Attraktionen konnte man die Zeitzer Innenstadt richtig genießen. Auch für die kleinen Gäste gab es Fahrgeschäfte, die sie rege nutzten. Auf den Altmarkt stand dann auch in diesem Jahr wieder das nostalgische Riesenrad. Es ist 20 Meter hoch mit Platz für 40 Fahrgäste. Das Riesenrad ist so beliebt, dass sich ab und zu kleine Warteschlangen bildeten. Viele Händler waren auf allen Märkten und Seitenstraßen zu finden und boten ihre Waren an. Das Zeitzer Zuckerfest war in diesem Jahr die neunte Auflage. Und man kann gespannt sein, was sich die Organisatoren für das zehnte Zuckerfest einfallen lassen. Musik 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 Vielen Dank.